Warum waren Harry Potters Eltern eigentlich so reich? Der Grund dafür und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit einer interessanten Frage befassen. Wir haben Harry Potters Eltern einen derart erstaunlichen Reichtum angehäuft. Was führte dazu, dass Harry Potters Tresor aus allen Nähten platzte, während der Tresor einer anderen Familie, den Weasleys, komplett leer war? Wir werden auch untersuchen, aus welchem Grund J.K. Rowling die Entscheidung traf, Harry Potter so wohlhabend darzustellen, wie er es war. Als der erste Band, der Stein der Weisen, veröffentlicht wurde, erhielten wir einen ersten Einblick in den Inhalt von Harry Potters Tresor Nummer 687, als Hagrid ihn zu Gringotts der Zaubererbank begleitete. Griphook öffnete die Tür. Eine Fülle von grünem Rauchquoll heraus und als er sich verzogen hatte, keuchte Harry auf. Im Inneren befanden sich Berge von Goldmünzen, Säulen aus Silber und Haufen kleiner bronzenden Münzen. Alles für dich, lächelte Hagrid. Als man diese Passage zum ersten Mal las, faszinierte einen Harrys unermesslicher Reichtum. Ging es dir auch so? Aber wie hat er das alles bekommen? Und wie viel war das? Und wie sahen diese richtigen Stapel von Goldmünzen eigentlich aus? Glücklicherweise wurde diese Szene in der Verfilmung von der Stein der Weisen im Jahr 2001 zum Leben erweckt. So konnten wir endlich mit eigenen Augen sehen, was Harry gesehen hätte, als er zum ersten Mal den Tresor 687 betrat. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass dieser Szene eine Frage von Harry vorausging. Aber Hagrid, wie soll ich das alles bezahlen? Ich habe doch gar kein Geld. Oh Harry. Ich frage also noch einmal. Woher hatten Harrys Eltern, die gerade mal 21 Jahre alt waren, als sie starben, all das Gold, um es für Harry zu hinterlassen? Es gibt zwei Komponenten für diese Antwort. Die erste beinhaltet die Kanonerklärung für das Gold mit detaillierten Informationen darüber, woher es kam. Und die zweite beinhaltet eine Theorie, die ich gefunden habe, die möglicherweise erklärt, warum diese vorhandenen Goldstapel nach dem Tod von Harry Potters Eltern sogar noch größer wurden. Aber lasst mich zuerst auf den ersten Punkt eingehen. Als erstes muss festgestellt werden, dass der enorme Reichtum fast ausschließlich von James' Seite der Familie stammte. Lily Evans war eine Muggelgeborene und es gibt keine Beweise dafür, dass ihre Familie über Generationen hinweg wohlhabend war. Wenn man dies berücksichtigt, wer war es dann, der das Potter-Vermögen anhäufte? Nun, einem Artikel auf Pottermore zufolge begann alles mit einem Zauberer namens Linfred von Stinchcomb, auch bekannt als der Potterer, dem Gründungspatriarchen der Familie Potter. Die Zaubererfamilie der Potters stammte von dem Zauberer Linfred von Stinchcomb aus dem 12. Jahrhundert ab, einem lokal geliebten und exzentrischen Mann, dessen Spitzname der Potterer im Laufe der Zeit zu Potter korrumpiert wurde. Linfred war ein undeutlicher und zerstreuter Mann, dessen Muggelnachbarn oft seine medizinischen Dienste in Anspruch nahmen. Keiner von ihnen wusste, dass Linfreds wunderbare Heilmittel gegen Pocken und Fieber magisch waren. Sie hielten ihn alle für einen harmlosen und liebenswerten alten Mann, der in seinem Garten mit all seinen komischen Pflanzen experimentierte. Sein Ruf als wohlmeinender Exzentriker kam Linfred sehr gelegen, denn hinter verschlossenen Türen konnte er die Reihe von Experimenten fortsetzen, die den Grundstein für das Vermögen der Familie Potter legten. Historiker hielten Linfred für den Erfinder einer Reihe von Heilmitteln, die sich zu Tränken entwickelten und die heute noch verwendet werden, darunter auch Skelewachs und der Aufpäppeltrank. Der Verkauf solcher Heilmittel an andere Hexen und Zauberer ermöglichte es ihm, bei seinem Tod jedem seiner sieben Kinder einen beträchtlichen Haufen Gold zu hinterlassen. Wenn du Skelewachs wiedererkennst, dann deshalb, weil es heute noch verwendet wird. Vor allem als Beispiel in Harry Potter und die Kammer des Schreckens, als Harry sich ein Knochen bricht. Die Funktion von Skelewachs besteht darin, Knochen zu heilen. Es kann sowohl gebrochene Knochen reparieren, als auch Knochen nachwachsen lassen, die vollständig fehlen. Es wird als ein schrecklich schmeckender Trank beschrieben. Und Harry bemerkte einmal, dass sich seine Anwendung so anfühlte, als hätte er große Splitter in seinem Arm stecken. Ein weiterer Zaubertrank, den Linfred herstellte, ist der Aufpäppeltrank, ein Heilmittel gegen Erkältungen, das dabei hilft, den Trinker aufzuwärmen. Der Trank wurde in der Saga im Februar 1995 während des Trimagischen Turniers verwendet, als er bei den Geiseln der Champions eingesetzt wurde, nachdem diese aus dem Schwarzen See aufgetaucht waren. Die einzige bekannte Nebenwirkung ist, dass der Zaubertrank stundenlang Dampf aus den Ohren des Trinkenden aufsteigen lässt. Aber Linfred war nicht der einzige in der Familie, der erfolgreich wurde. Er gab nur den Anstoß dazu. Die Potters heirateten weiterhin ihre Nachbarn, gelegentlich auch Muggel, und lebten über mehrere Generationen hinweg im Westen Englands. Jeder erlangte seinen Erfolg durch harte Arbeit, und das muss gesagt werden, durch den stillen Einfallsreichtum, der ihren Vorfahren Linfred auszeichnete. Gelegentlich schaffte es ein Potter sogar bis nach London, und ein Mitglied der Familie saß zweimal im Zaubergamott. Und dadurch, dass viele der Potters in ihren jeweiligen Karrieren erfolgreich waren, wuchs das Familienvermögen langsam an. Erst als Fleamond Potter auf den Plan trat, wurde wirklich Öl ins Feuer gegossen. Fleamond war der Sohn von Henry Potter und der Vater von, na klar, James Potter. Das bedeutet natürlich auch, dass Fleamond Harrys Großvater war. Fleamond hat Harry zwar nie persönlich kennengelernt, aber er lebte lange genug, um ihm genug Gold für ein ganzes Leben zu hinterlassen. Fleamond war nämlich in der Lage, das Familienvermögen zu vervierfachen, indem er den bis heute berühmtesten Trank der Familie herstellte. Seidenglatz Haargel. Der Trank war eine Haarpflege und Kopfhautbehandlung, beworben mit folgendem Slogan. Zwei Tropfen zähmen selbst die widerspenstigste Glatze. Er wurde hauptsächlich verwendet, um widerspenstiges Haar zu bändigen und es geschmeidig sowie modisch zu stylen. Der Trank wurde von Hermine benutzt, als sie mit Viktor Krum zum Weihnachtsball ging. Und kurz gesagt, der immense Reichtum der Potters ist auf den jahrhundertelangen Erfolg mit mehreren beliebten Zaubertränken zurückzuführen. Angesichts des langjährigen Wohlstands der Potters ist es nicht verwunderlich, dass Harry eine beträchtliche Menge Geld und Gold geerbt hat. Aber nachdem diese Erklärung jetzt auf dem Tisch liegt, habe ich eine Theorie gefunden, wie diese Goldhaufen nach dem Tod von Harrys Eltern noch weiter angewachsen sein könnten. Als Lord Voldemort das erste Mal starb und Harry Potter überlebte, wurde er von der gesamten Zaubererwelt dafür gelobt, dass er den dunklen Lord besiegt und die Gemeinschaft der Zauberer von seiner Tyrannei befreit hatte. Es war auch allgemein bekannt, dass Harry Potters Eltern dabei ums Leben gekommen waren. Ich habe den Eindruck, dass tausende von Hexen und Zauberern aus Mitgefühl für den kleinen Jungen, der seine Eltern verloren hatte, zusammengelegt haben und ihm zusätzliches Gold gespendet haben. Das genaue Vermögen der Potters wäre für die gesamte Zaubererwelt unklar gewesen und so mag es von außen betrachtet so ausgesehen haben, als ob das neugeborene Kind nun vor dem Nichts stand, ohne Eltern und ohne Gold. Es liegt auf der Hand, dass die allgemeine Zauberbevölkerung überglücklich über Voldemorts Niederlage versucht hätte, Harry auf irgendeine Weise zu danken. Vielleicht konnten sie seine Eltern nicht zurückbringen, aber mit genügend Spendern könnten sie sicherstellen, dass er finanziell sorgenfrei ist. Wir müssen auch an die Lizenzgebühren denken. Wenn Harrys Vorfahren bestimmte und beliebte Tränke herstellten, die noch zu seiner Lebenszeit verkauft wurden, dann wäre es doch eigentlich nur logisch, dass er Anspruch auf die Erlöse aus dem Verkauf dieser Tränke hat, jedenfalls zum Teil. Außerdem angesichts der Verbreitung dieser Tränke würde ich wetten, dass sich das schnell summieren würde. Nachdem die Frage, wie Harry an das Geld gekommen ist, geklärt ist, möchte ich als nächstes das Warum ansprechen. Warum in aller Welt hat Rowling beschlossen, Harrys Reichtum zu einem wichtigen Handlungselement zu machen? Warum hat sie ihn reich gemacht? Nun, wie sich herausstellt, hat sie genau diese Frage in einem Interview beantwortet. Woher hat Harry sein Geld? Nun, wie du weißt, ist Harrys Bankkonto in Gringotts. Sein Geld hat er geerbt von seinem Vater. Aber ich glaube, auf einer tieferen Ebene ist Harrys Geld in den Büchern nicht wirklich so wichtig, außer, dass er sich seine Uniform leisten kann und so weiter. Andererseits, glaube ich, habe ich ihm wirklich ein Vermögen geschenkt, weil ich so pleite war, als ich das erste Buch schrieb. Es war ein Wunschdenken, dass ich mir um solche Dinge keine Sorgen machen müsste. Rowling schrieb Harry als richtig reich, weil sie in der Welt, in der sie lebte, nichts hatte. Das war zu Beginn des allerersten Harry-Potter-Buches, was natürlich bedeutet, dass Rowling, als sie diese Passage schrieb, kein Verleger hatte, kein Geld und wahrscheinlich auch nicht viel Hoffnung. Harry als reichen Jungen zu schreiben, war ihre Art, ihre Zukunftswünsche zu äußern. Sie sah Harry als eine Erweiterung ihrer selbst an. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das klärt einige Fragen bezüglich des Reichtums der Familie Potter. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, gebe dem Video gerne ein Like und abonniere den Kanal, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.